Moin moin! Es gibt schon wieder ein Loslager und da bin ich auch irgendwie ein bisschen selber schuld dran. Ich hatte ja in meinem letzten Video am Ende gefragt, wer mir helfen kann, den Vintage District Tee Lidschatten in ich weiß nicht mal den Namen, den Türküsen, ne? Mit den kleinen Fleckchen und so. Ja, Juni, raste mal aus, finde ich gut. Sie hat eben schon was runtergeworfen, sich ganz doll gefreut und ist drum herum gelaufen. Auf jeden Fall, das hat funktioniert. Das bedeutete aber natürlich auch, dass ich Post bekommen habe. Und mein Magen knurrt gerade ganz fürchterlich. Ich habe alles schon fertig auf dem Herd stehen, damit ich gleich, wenn das Video fertig ist, drücke ich sofort auf alle Herdknöpfe, damit ich mir was zu essen machen kann. Ich beiße gleich in den Tisch, es ist irgendwie 10 Uhr morgens und ich habe so Hunger, Gottes Willen. Ja, auf jeden Fall kam Post und Frau Stöpsel hat einfach die Gelegenheit genutzt, mir mal so einen ordentlichen Schwung vorbeizuschicken. Dann kam noch ein kleines Paketchen und die junge Frau hatte, das war total süß, sie hat für mich ein Viererpack von diesen Lidschatten bei Amazon oder Ebay bestellt. Ich weiß nicht mehr, ob es Amazon oder Ebay war. Ich habe ihr dann das Geld dafür überwiesen. Einen hat sie behalten. Für den habe ich ihr das Geld natürlich... Also, ne, alles in Ordnung. Und sie hat dann in das Paketchen, damit ihr Lidschatten nicht alleine reisen muss, auch noch ein paar Sachen für mich eingepackt. Can't help it. Und ich habe mir auch noch ein, zwei Sachen gekauft. Aktuelle Catrice LE und aktuelle Nimm Nimm Trended Up LE und was aus der neuen Maybelline Theke. Und ich habe mir Schuhe gekauft. Ich weiß was, wir fangen mit den Schuhen an. Wir fangen einfach mit den Sachen an, die ich mir gekauft habe. Ich habe mir mal... Ich habe Sachen gekauft. So. Und zwar lief das folgendermaßen. Ich glaube, das habe ich bei Instagram auch ein bisschen falsch erzählt. Golfis Scheibe hatte ja nun Riss. So. Das heißt, ich musste ihn zur Werkstatt bringen und dann musste er zwei Stunden da bleiben. Und es war so... Es war halt in einem anderen Stadtteil und ich so, laufe ich jetzt nach Hause, laufe ich in die Innenstadt, habe einen Unfug angerufen und dann bin ich mir dann einen Unfug durch die Stadt und wenn was mit Golfi ist, bin ich immer völlig hinüber. Und... Auf jeden Fall waren wir dann so ein bisschen schlendern und dann waren wir auch bei TK Maxx und da habe ich diese Schuhe gefunden. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera mit denen zurechtkommt. Und sie sind nicht wirklich Neon, aber nah dran. Giftlimettengrün in 41,5. K-Swiss heißt die Marke. Ich weiß das. Also K-Swiss ist mir mal begegnet auf einem Plakat oder so, aber ansonsten weiß ich nicht viel über die. Und es war... Also Herr Unfug ist ja Sneaker-Fan. Also wirklich mit... Also früher war er da wohl richtig hinterher. So mit abgefahrenen Marken aus anderen Ländern jagen und dann irgendwie über wilde Wege bestellen und so. Also er war da ziemlich tief in der Materie. Und ich trage ja fast so gut wie... Ich habe ja so gut wie keine Sneaker gehabt. Und er und eine Freundin von mir, die sind beide eher so Sneaker-Richtung und er findet ihre dann auch ganz toll. Und naja, und dann habe ich die hier gesehen und ich bin halt auf die Farbe total abgegangen und es war ein Sneaker. Und ja, weiß ich nicht. Da waren wir beide, glaube ich, ganz glücklich mit. Auf jeden Fall, ja. Habe ich 29,95 für die bezahlt. Und... Ja, ich habe erst... Ich saß da erst so dieses... Alter, dein Auto ist gerade kaputt und deine Waschmaschine ist kaputt und deine Mikrowelle ist kaputt und das hat sich aber zum Glück alles irgendwie geregelt und ich muss noch ein paar andere Sachen bezahlen. Naja, aber Herr Unfug meinte halt so, Alter, wenn dir mal Sneaker gefallen, was ja bisher anscheinend noch gar nicht passiert ist und die 30 Tacken kosten, dann nimm sie mal mit. Habe ich dann auch gemacht. Ja, und jetzt habe ich giftgrüne Sneaker und bin da sehr, sehr glücklich mit und bin damit auch jetzt schon ein ganzes Stück gelatscht, denn... Ich habe dann das Auto am Mittwoch wieder abgeholt, bin dann Donnerstagmorgen damit zur Arbeit gefahren, da hat es dann geregnet um 20 nach 5 Uhr morgens oder so. Das war auch gut so. Das war nicht dicht. Ich hatte Blubberblasen unten an der Scheibe und bin dann da nochmal hingefahren und habe gesagt, Jungs, das ist doof. Die haben sich total... Also die Jungs in dieser Werkstatt sind unfassbar nett. Also unfassbar nett. Ich bin da reingekommen und hatte das Gefühl, ich werde gleich adoptiert. Und dann haben sie gesagt, wir müssen gleich da lassen und ich sage, ehrlich gesagt, möchte ich nach Hause und schlafen. Können wir das Freitag machen? Ja, klar. Habe ich ihn gestern nach der Arbeit hingebracht und bin nach Hause gelaufen. In meinen neuen Schuhen. Und bin dann gegen halb sechs war ich dann wieder da, hatte auf dem Handy gesehen, es war ein Anruf, bin aber nicht rangegangen, habe auch nicht zurückgerufen, weil mein Akku fast platt war und ich ja noch die Überweisung für die Lidschatten machen wollte. Also wie immer. Und dann kam ich da an und dann standen sie da mit gesenktem Kopf, mit gesenktem Haut um mein Auto, was immer noch in der Werkstatt stand, darüber hatte ich mich dann kurz gewundert, denen ist beim zweiten Mal einsetzen der Scheibe, ist denen die Scheibe kaputt gegangen. Das war... Das sah aus wie... Ja, also sie war nicht in tausend Stücke, aber es war halt riesige Risse da drin und die haben sich mehr geärgert als ich. Ich habe mich unfassbar geärgert, weil ich eigentlich gerne heute arbeiten wollte, aber das kann ich ja nicht, wenn ich kein Auto habe. Und dann haben sie noch versucht, die haben einen riesen Aufriss gemacht, mir einen Leihwagen zu besorgen, weil sie meinten Alter, nee, komm, wenn du morgen arbeiten musst, also das gehört dazu, das ist unsere Pflicht, das ist unsere Schuld, krass einen Leihwagen. Dann gab es in ganz Kiel, wirklich in ganz Kiel, keinen Leihwagen. Es wäre mir ja... Also, dann hieß es irgendwie, gibt es was, was du nicht fährst? Ich sage, ich fahre alles, was Türen und Fenster und Motor hat, also es ist mir egal. Ich wäre ja auch einen Transporter gefahren, dann wäre mir ja kackegal. Naja, auf jeden Fall, es war nichts zu kriegen, gar nichts. Und, naja, dann musste ich halt bei der Arbeit Bescheid sagen und, ähm... Ja, dann hat mich ein Kumpel noch nach Hause gefahren und, naja, auf jeden Fall, das ist das mit Golfi, den hole ich heute Nachmittag um drei ab. Da soll dann alles fertig sein. Ja, ja, ja. Naja. Und deswegen bin ich irgendwie unglaublich froh über diese Schuhe, weil die mich schon so, sie schon so durch diesen ganzen Bewusst begleitet haben. Die haben jetzt schon, die haben jetzt schon einen sehr sentimentalen Wert. So, dann erzähle ich euch mal, was ich mir gekauft habe. Und zwar... Kleinen Moment. Das hatte ich mit den Schuhen zusammen bei Instagram gepostet. Gesehen habe ich diese Dinger, da gibt es vier verschiedene von, ähm... Bei Ninas Kosmetik in einem... Was gibt's neu? Das ist in der Drogerie-Video. Das hat sie sehr schön gemacht. Und da gab es von 8x4 vier verschiedene Sorten. Limited Edition. Und dann immer Dive Like a Mermaid. Das habe ich mir gekauft. Dann gibt es Dream Like a Unicorn. Dann gibt es Dance Like a Flamingo. Und den vierten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall habe ich das Design von Dive Like a Mermaid. Das fand ich am coolsten. Und tatsächlich auch die Duftbeschreibung. Blauer Lotus, Wasserlilie und weißer Pfirsich. Und kommt auch hin. Also es hat... Es riecht wie, wie, wie eine mini, minimal süßliche Bodylotion. Aber das Süßliche geht unter dem unter dem Frischen total unter. Also es hat eigentlich einen sehr klassischen Deo-Geruch. So frisch, eingecremt. So ein bisschen sehr, sehr nett. Ich finde das überhaupt nicht belästigend. Ich hatte Angst, dass es zu süß ist. Und es gab keinen Tester. Und dann habe ich gedacht, naja, für ein Euro 20 nimmst du es einfach mit, weil ich die Flasche ja auch so niedlich finde. Und ich habe einen hohen Deo-Durchsatz. Also weil ich das ja auch direkt nach der Arbeit nehme, damit ich vielleicht nochmal durch den Supermarkt flitzen kann oder so. Ich sprühe es mir dann auch auf den Kopf. Ehrlich gesagt, damit meine Haare nicht so nach den großen, dicken Mädchen riechen. Ja, aber Treffer. Also das mag ich und wie die anderen riechen, weiß ich nicht, weil es, wie gesagt, keine Tester gab. Hätte ich mich ja sonst einmal durchgeschnuppert. Mit einzigartiger Magie zwischen türkisblauen Wellen schwimmt die schillerndschöne Mähungfrau fast schwerelos umher und zieht mit ihrer Glitzerflosse alle Blicke auf sich. Tauche ein in eine Welt aus purer Magie und umhülle dich mit dem frischen Duft von Wasserli und blauen Lotus. Funktioniert auf jeden Fall. Ich finde das richtig gut. Jetzt stelle ich mal in die Schuhe. So. Dann neue Maybelline Theke. Also Ja. Oh Gott. Die hat sich hinter den Mülleimer versteckt. Es gucken nur die Ohren raus und den schreit sie mich an. Bist du ein Spacken? Was soll das? Dreh ein Video. Jetzt sagt sie wieder nichts. Naja. Neue Maybelline Theke. Und ich hab, was hab ich damals geflucht, als ich die ersten Amerikaner, ähm, also als ich die ersten Videos aus Amerika gesehen hab und die aus der Bold-Reihe von der Color Sensational Lippenstift-Reihe, ne, Maybelline, als die die ersten abgefahrenen Farben. Da gab's Sapphire Blue und Vicious Wichsen und Violet Wichsen irgendwie so. Auf jeden Fall. Und schwarz und hast du nicht gesehen. Und ich sofort Maybelline auf Facebook äh, geschrieben, also dem, dem deutschen Maybelline-Account. Wann kommen die? Und die so, ja ey, das dürfen wir dir nicht sagen, aber wir haben ja noch ganz viele andere Lippenstifte. Ich so, tatatatata. Hab das gesehen. Sofort Bescheid sagen. Und ich glaube, das ist ein Dreivierteljahr bis Jahr her, halbes, also mehr, ich glaube, es ist mehr. als ein halbes Jahr. Auf jeden Fall sind jetzt diese ganzen Farben bei uns. Und ich stürmte auf sie zu und hab sie alle geswatcht und dann hab ich mir Orange Danger gekauft. Wischst du denn nicht mit mir? Mann! Dankeschön der Lippenstift. Naja. So sieht er aus. Der ist super leuchtig, total schön. Genau meine Farbe hat es ist kein reines gelb-orange. Es ist es hat ein es ist ein Orange mit einem Schuss Choral in meiner Welt. Aber super schön. Lässt sich super tragen, hält gut. Also man kann ihn auftragen. Hörst du mal auf, mir dazwischen zu reden? Junge Dame. Ja. Lässt sich gut auftragen, man kann den blotten und dann nochmal und dann seid ihr nahezu unmusikbar. Sechs Euro oder so? Was ja bei mir schon viel für Lippenstift ist. Ich halte geils krank. Aber ja. Sehr schönes Ding. Dann gab es ja noch von Trended Up die Tropicalize LE. Und ich liebe ja die Trended Up Lippenstifte. Also auch die, die glänzenden. Denn das sind ja trotzdem erwachsene Lippenstifte. Im Sinne von, dass die nicht nur einen Farbhauch mit Pflegebalm haben, sondern das sind ausgewachsene Lippenstifte. Und wenn ihr die blottet mit einem Tüchlein, also wenn ihr die so abtupft, das sind keine, die man ohne Spiegel benutzen kann. Das sind keine zarten Lippbatter, nix. Das sind Lippenstifte. Und den, den ich mir gekauft habe, den trage ich auch gerade. Das ist die 40. Die haben ja keine weiteren Namen. So sieht ja die Verpackung aus. Das Einzige, was die LE-Verpackungen als Unterschied zu den Standardverpackungen haben, ist einfach, dass sie dann einen Aufdruck haben. Aber die Form und so ist immer gleich. Das ist die Farbe 40. Ich swatch ihn mal direkt neben den Orangenen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr weicher, glänzender Lippenstift. Aber, wie man sieht, keine Spiegel. Und es ist eine superschöne Farbe. Ihr könnt dadurch, dass der so weich und cremig ist, könntet ihr natürlich den dezenter auftragen. Also tupfen oder so. Aber super gut. Und ich habe relativ kaputte Lippen im Moment. Keine Ahnung, warum. Irgendwie seit gestern Abend oder so. Aber ich finde nicht, dass man das doll sieht. Und das würde man mit dem Maybelline, glaube ich, ein bisschen eh, also schon eher sehen. Wegen der matten Textur. Ja. Das war aber alles, was ich mir aus der Tropical Eyes gekauft habe. Die Palettchen für die Wangen fand ich zu... Also für mich nicht besonders genug. Sie waren auch zu dunkel für mich, tatsächlich, finde ich. Wobei, es kommt gleich noch eine Geschichte, wo man auch denkt, dass es zu dunkel für mich ist und ich bin total verliebt. Aber es ist... Ich habe tatsächlich auch in meinem ganzen Leben noch nie so viel Farbe im Gesicht gehabt, weil ich auch noch nie im Sommer draußen gearbeitet habe. Ja, was denn jetzt? Ja. Mäh, mäh. Setz dich mal auf den Stuhl da vorne. Ja, dann kannst du mir zugucken. Wie gesagt, also sonst hat mich aus der E spontan nichts angesprochen. Aber die anderen Lippenstipse fand ich auch richtig schön. Herr Unfug war dabei, als ich die geswatcht habe. Und dann habe ich... Ich habe erst den geswatcht, weil das der erste war, der mich so sofort gekriegt hat. Und er guckte so und dann habe ich die anderen geswatcht und er immer Nee, nee, nee. Nein, das ist der Schönste. Okay. Strong opinion. Gut. Und dann ist es der geworden. Aber den hätte ich mir auch ohne die Shoppingbegleitung ausgesucht. Dann gibt es eine Catrice AE, eine ganz frische. Das ist die Travel Light Story. Also Travel Light ist ja ein Begriff in sich und sie haben einfach ein Wortspiel daraus gemacht, Travel Light Story. Und ich habe mir zuerst und ich wollte auch nur das kaufen, die beiden Lippenstifte gekauft. In 101 Refreshed Red und Chili Orange. Und zwar Cool and Matt Lip Color. Und das ist dieses Format, das ich seit der Alluring Reds, wenn es das gibt, dann kaufe ich das. Wenn da matt bei steht, wo wir merken. Das Design ist gelungen. Ich finde jetzt aber nicht, nicht, dass man irgendwie komplett ausrasten müsste. Sven hier ist aufgestanden und geht duschen. Und ich swatch euch die mal. das 10.01 Refreshed Red. Und zu den Namen sage ich auch gleich noch was. Das Refreshed Red. Ich habe erst nicht verstanden, warum das Refreshed Red heißt. Denn ich finde, dass das ein... Moment. Ich habe den dumm geswatcht. Ich verteile ihn mal kurz ein bisschen mit dem Finger. Ich finde, das ist ein sehr handzahmes Rot. Also wenn Rot ein Nut-Einschlag haben kann, dann finde ich, sieht das so aus. Aber schön finde ich den... Also den kann ich so drauf machen und es macht nicht BAM. Aber durch die Farbtiefe funktioniert das auf jeden Fall trotzdem. Und dann haben wir Chili Orange. Und... Oh, den swatch ich mal neben den von Maybelline. Moment. Diese matte Textur lässt sich einfach nicht so gut swatchen. Obwohl die sich besser swatchen lassen als die ursprünglichen aus der Blue Ring Reds. Da hat man sich ja auf der Hand rumgemalt und dachte sich, das sind die schlechtesten Lippenstifte aller Zeiten und es waren die besten. So. Hier haben wir Chili Orange. Chili Orange ist dunkler als der von Maybelline. Und ihm fehlt dieser Koralleinschlag. Also ich sehe da live einen sehr deutlichen Unterschied. Und er ist tatsächlich noch matter. Ja. Refreshing Red und Chili Orange. Und was steht da drauf? Cool and Mud Lip Color. Ich habe dem überhaupt keine Beachtung geschenkt, weil ich dachte, naja, es soll halt ne? Soll halt cool klingen. Da ist Minze drin. Wenn man sich die aufträgt, dann hat man so 20 bis 30 Minuten das Gefühl, als hätte man, dass ich Zahnpasta, Minzöl, also das klingt jetzt zu doll, also es brennt nicht. Bei meinen Lippen brennen so Minz- oder Chili-Geschichten unfassbar schnell. Und gebrannt hat es nicht. Aber wenn ihr dann mit der Zunge darüber geht, dann habt ihr das Gefühl, ihr hättet euch die Zähne gerade geputzt. Also das, wenn man das nicht mag, dann haltet Abstand von den Jungs. Das, ähm, wirklich, also das abgefahrene, abgefahrene Effekt. Die Lippenstifte halten gut, sie tragen sich gut. Und es sind super Lippenstifte, aber dieses, also ich hätte das Minze-Ding nicht gebraucht. Wirklich nicht. Ich hätte sie trotzdem, also, sagen wir mal so, hätte ich gewusst, hätte ich das mit diesem Minze-Ding gewusst, hätte ich kurz überlegt, ob ich sie kaufe. Ich habe sie dann natürlich gekauft, wegen des Sammlungsaspekts und weil ich das einfach schon so lange durchziehe und weil die Farben schön sind und ich sie trotzdem trage. Aber es ist ein Trotzdem. Ne? Es ist kein, kein Yay. So. Und dann, den habe ich mir erst im zweiten Durchgang, als ich ihn gesehen habe, gekauft. Und zwar ist es Blush & Bronze 1001 From Dusk Till Dawn. Ich wollte mir den sofort kaufen, also, als ich die Bilder online gesehen habe, wollte ich mir den sofort kaufen wegen des Namens. Dann ist mir aber, dass mir die Lippenstiften wichtiger gewesen und da ich da noch nicht wusste, dass meine Eltern so zauberhaft sind und mir die Waschmaschine, die ich organisiert habe, zum Geburtstag schenken werden, habe ich ihn erstmal liegen lassen. Man hat dann ja so seine Ideen, was man darf und was man nicht darf, was teilweise relativ irrational ist. Aber, ja, das ist er hier. Ich finde die Prägung super, super schön. Und zwar liegt das, glaube ich, unter anderem daran, dass ich einfach Kieler bin. Also, küsten, küsten Mädchen, küsten Frauen, küsten Leute, für die ist das einfach, ich finde das wirklich, wirklich schön. Es ist nicht kitschig, es ist verhältnismäßig grafisch, also die Linien finden sich ja auch hier auf dem Deckel wieder. Ich hätte das Schiffchen gerne hier auch mit auf dem Deckel gehabt. Also, darüber hätte ich mich dann richtig gefreut. So, der Bronzer ist relativ hell, das Rouge, meine Damen und Herren. Ich habe da noch einen Highlighter drüber, einen goldenen, also das Rouge an sich ist relativ matt, aber da muss er aufpassen. Das sieht aus wie so ein fast leicht cremiges Korall und das Abgefahrene an dem ist, dass der, wenn du den mit dem Finger swatchst, du kriegst ihn kaum auf die Haut, weil der sich so am Finger festhält, ist abgefahren. Die Farbabgabe ist ein Knall, also wenn ihr euch das Zeug mit dem Finger auftragt, äh, mit dem Pinsel auftragt, klopft den vorher vorsichtig im Deckel ab und wenn ihr dann nachnehmen müsst, nehmt das, was im Deckel ist. Warning. Wirklich. Also, oh doch, diesmal hat es geklappt. Aber auch nicht, naja, pass auf. So sieht der Swatch aus, dass man jetzt so denkt, Mensch Orange, was hast du denn? Das habe ich. Der hat einen wahnsinnig hohen, leuchtenden Rotanteil und das landet auch auf eurer, auf eurer Wange. Also, seht ihr das, dass der Finger Swatch, also, auf meinem Handrücken nicht dem entspricht, was auf eurer Haut passiert? Das ist selten, ne? Also, man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn man Sachen swatcht, dass man ungefähr Bescheid weiß. Ich kann, ich versuche auch gerade zu reiben, aber alles, was passiert, ja, ist, dass mein Finger röter wird. Pff. Also, wenn ihr den, wenn ihr den mit nach Hause genommen habt und das erste Mal swatcht, denkt ihr, oh, der ist doll. Also, der macht keine Gefangenen. Ich swatch euch den Bronzer nochmal, also den Bronzer Anteil. Übrigens, man kann darüber swatchen und es geht nicht gleich kaputt. Also, das ist ja schon mal was Gutes. Der Bronzer hat das Problem, in Anführungszeichen, mit dem ersten Hautkontakt nicht so. Das ist ein zarter, heller, schimmernder Bronzer. Ohne Glitzerpartikel, ohne alles. Der hat so ein leuchtend satiniertes Finish, seidiges, leichter Goldschimmer. Ich finde den total hübsch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bisher mit dem Pinsel immer nur in den Ruschteil reingegangen bin. Und ich finde das Ergebnis, also, so sehe ich mit roten Wangen aus, wenn ich mir aussuchen könnte, wo meine Wangen rot werden. Kann ja leider keiner. Das sind die Sachen, die ich mir gekauft habe. Und jetzt mache ich mir mal ganz kurz die Hand sauber. Und ich hoffe, dass der Akku das Video durchhält. Jumi. Jumi. Jetzt war sie bei Sveni im Zimmer, das soll sie nicht. Aber Sveni war in der Dusche, also war die Gelegenheit günstig. Jumi, du bist ein Verbrecher. Verbrecher. So. Ich habe eine Jogginghose an. Ich darf mir alles an meine Hose abwischen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber meine Zeigefingerkuppe ist immer noch röter als der Rest. Das ist, äh, das ist ein gefährliches Rusch da. Also gut, aber. Dann machen wir mal weiter. Oh ja, etwas Kleines zwischendurch. Freundin von mir hat, ähm, alles umgeräumt und, 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 und Zimmer und Möbel und Schminksammlung, alles in eine Kiste und da ist ihr aufgefallen, dass sie von der 040 in the army now, von Catrice, absolute eye color, von den Monos. Ich meine, wie lange ist der her? Ja, ich bin ganz, ich bin, ich werde ganz nostalgisch. Von dem hatte sie ein Backup, ich habe da auch schon reingedatscht mit dem Finger, und sagte, ja Mensch, guck mal, von dem habe ich mir, habe ich mir ein Backup damals gekauft, weil ich den so toll fand. Und ich so, oh, ich habe den nicht. Und sie ist ja, dann nimm den bloß mit. Alter Sammler. Und wie gesagt, ich habe den halt auch nicht. Und das ist ein schönes Grün mit Glöpzer. Super weich gepresst sind die damals gewesen. Bitte schön. Also, das ist das, was man empfiehlt. Also, Wahnsinn. Dass die guten alten Catrice-Zeiten, nicht, dass sie jetzt schlechtere Sachen machen würden. Ich meine, sieht man ja an L.A. zum Beispiel. Aber, amtlich. So, gleich wieder weg. Hoffentlich hinterlässt du keine Glitzerpartikel. Nein, nein, nein. Und mein Handrücken ist ja auch nur ein bisschen eingefärbt von den roten Lippenstiften. Geht aber noch. So. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Päckchen, was mich erreicht hat, wo eigentlich ja nur der Lidschatten drin sein sollte. Aber sie konnte sich nicht zurückhalten. Was ich nicht schlimm finde. Ich meine, man muss sich auch nicht immer zurückhalten. Und zwar, ich habe mir das hier in ein kleines Tischchen gepackt, damit das nicht durch die Gegend fliegt. Ich werde übrigens dieses kleine Paketchen, was du mir geschenkt hast, äh, geschenkt hast, die kleine Schachtel, die du mir geschickt hast, die werde ich bekleben und als Transportübergabe Dingsy für meine Freundin nehmen. Das hat mir super geäußert, das Ding. So. Und zwar war da drin ein Scarabeo Lidschatten von Trended Up in der Nummer 10. Das ist der hier. Und ich muss ein bisschen vorsichtig mit ihm sein, weil ich an der Kuppe sehen kann, dass die schon leicht einen mitgekriegt hat. Und deswegen tupfe ich da nur so drin längs. Das ist die Farbe. Gold, Oliv, Grün. Guck mal, der hier wiederum bleibt fast gar nicht an meinem Finger und lässt sich dafür leuchten. Hier ist das schön. Das ist eine Farbe, das kann ich blind benutzen, sozusagen, im Sinne von weiß ich, dass es hervorragend an mir aussehen wird. Großer Gelb, Goldanteil, Schussgrün. Super. Das wird super an mir aussehen. Dann einen alten, bekannten Make Life a Festival 02 aus der Love and Sound. Das ist dieser wunderschöne, kleine, zarte und das ist einer meiner liebsten Lidschatten tatsächlich. Dadurch, dass ich so viele habe und die Rotation so riesig ist, taucht er natürlich jetzt nicht viel öfter auf als andere, aber der ist so schön. ein ganz kleiner, zarter. Also zart im Sinne von, dass die Farbe jetzt nicht dunkel ist oder so, aber das ist ein gebackener und guckt euch das mal an. Ist der nicht toll? Den kann man übrigens auch, weil der so zart ist, also die Textur ist ganz weich und fein, kann man auch super als Highlighter nehmen. Muss man ein bisschen aufpassen, also ich meine, ihr seht ja, dass ich mit dem einen Spot, den ich jetzt gemacht habe, ich kann meine ganze Hand highlighten und wahrscheinlich noch mehr. Mein Finger ist immer noch voll ört. Also super, super schönes Produkt. Kann man im ganzen Gesicht benutzen im Endeffekt. Fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Habe ich mich gefreut. Ein Backup löst ja einfach immer nur aus, dass man das, was man hat, enthusiastischer benutzen kann, wenn es ein Liebling ist. Nicht wahr? Dann hat man da nicht so, nicht so Hemmungen. Dann ein kleiner Luminous Shine Eyeshadow von P2 in der 040. Die 040 zieht sich irgendwie durch. Naja. Innocent Shine heißt der. Finde ich ziemlich witzig. So sieht er aus. Auch sehr, sehr weich. Sveni hat ein Batman T-Shirt an. So sieht es aus. Batman. Nananananana. Batman. Oh, K Hansen. Ich Dierkau. Oh, das muss eine unglaublich schlaue, tolle Mitbewohnerin gewesen sein. Gip, gip, gip. Zu euch auch. Meow. Meow. Ich kann froh sein, dass ich noch nicht auf dir rumgefotert habe. Miau, miau. So sieht der Swatch aus. Ich finde, sehr deckend. Also hell, aber sehr deckend. Ich habe erst gedacht, Innocent Shine bei einem metallischen lila Lidschatten. Aber ich weiß, was sie meinen. Der ist ganz schmusig und ich glaube, der wird mir auch sehr gut stehen. Gerade bei meiner Augenfarbe. Ja, ja, ja. Dann aus der Rockout L.E. von Essence. Die hat sich vorhin unter den Tisch gesetzt und miau, miau. Ich habe nichts gehört. Die beiden Cremelidschatten, den habe ich schon getragen. Und wir haben 0,2 Best Look und 0,3 Best Female. Muss ich das tragen, damit man das sieht? Schimmelring Cream Eyeshadow. Halten auch sehr gut. Also der hier hielt, super. Und also die Temperaturen sind jetzt nicht super hoch in Kiel gerade, aber es ist ganz komische Luft. Es ist so schwül, schwitzig. Und trotzdem windig. Es ist abgefahren. Auf jeden Fall, die halten gut. Und ich zeige euch die mal eben. Die haben keinen Applikator, sondern es sind so Typchen. Komm her, kleine Mann. Mit mir. Kirschen. Nicht so, ne? Kirschen. Nicht so. Oh, danke schön. Die haben Glitzerpartikel einzelne, die man auch sehen kann. Aber nichtsdestotrotz. Also seht ihr, wie gut die reflektieren können? Schöne kleine Jungs. Habe ich damals auch nicht gekauft. Also finde ich gut. Ich habe das Rouge aus der LE. Dieses super kühle, flieder, lila, pink Farben. Das ist total schlau bei mir, das zu kaufen, weil ich damit gar nicht mal so gut aussehe. Aber es macht ja nichts. Ich habe es. Dann eine Lidschattenpalette von P2. For the Hipsters. Da haben wir uns ziemlich drüber gefreut. Also gerade jetzt mit meinen neuen Schuhen. Vor allen Dingen, weil das einfach das erste war, was ich aus dieser Kiste rausgenommen habe. Stimmt. Stimmt. Verdammter Hipster. Nein, nein, nein. Habe ich zum Ausgesprachen, die Sau. Ein Kirschkern. Ich habe mir jetzt hier ein Tuch hingelegt, in das ich die Kirschkerne spucken werde. Und garantiert werde ich gleich mit dem Kirschkern-Spucktuch versuchen, die Swatches abzumachen. Kommen wir zurück zur Lidschattenpalette. 030 for the Hipsters. Trennige Farbtöne stehen für Individualität und Zeitgeist. Besonders moderne Looks. Steht noch ein bisschen mehr drauf, aber das war der schönste Satz, finde ich. So, ich finde die Palette in Form total gut. Und ich finde das Design, dass die Jungs so ineinander überfließen, finde ich auch sehr, sehr schick. Und ich habe die tatsächlich im Laden, glaube ich. Eine habe ich, glaube ich, mal geswatcht. Aber, oh, oh, oh. Guck sofort. Was? Ich gucke sofort, Alter. Ja, ja. Musst du. Muss ich. Was hast du denn? Ruhling heute Morgen, ne? Ach, guck doch mal in ihren Napf. Der Brei ist nicht gut. Oh Gott, ja. Schön gemacht. Warte, nehmen wir mal. Oh, okay. Ja, das Lila ist... Es ist Lila. Ja, weil es ist... Ja. So. Na ja. Aber da... Hat Pete's... Hoppla. Das... On the other hand. Also. Wir haben hier... Habe ich... Toll, jetzt habe ich die Palette vollgeschnuddelt. Nehmen wir doch mal das saubere Shirt, das wir nachher abholen. Zum Golfi abholen und ziehen wollen. Da sind sie. Ich habe sie jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge, aber... Weil das Lila so ein bisschen schwach ist, habe ich in das andere so reingelangt. Ja, das hätte ich noch besser nicht machen sollen. Das kann was. Und das Coole an diesem hellen Schimmerton hier in der Mitte... Ich weiß nicht, ob die Kamera das hinkriegt mit den ganzen Wolken. Grünlicher Schimmer. Also nicht nur rein weiß. Sehr, sehr cool. Bin ich mal gespannt. Also Lila kann ich ja gut tragen und Lila zum Ausblenden ist auch nett. Und... Vielleicht ist das sogar so gedacht. So als Smoky-Eye-Kombination. Dass man halt den dunklen nimmt und dann den helleren nimmt, um den auszublenden. Und dann haben sie das... Na ja. Ich unterstelle P2 das einfach mal. Habt ihr gut gemacht. Richtig nachgedacht und so. Finde ich schön. Und dann war da noch dieses kleine Schätzchen drin. Iconic Blush... 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 Blush und Bronzer und Breiten. Blush, Bronze und Brighten. In der Farbe Golden Hot. Ado. Ado. Das Format finde ich super. Ich hab die Folie... Ich hab gemerkt, dass ich die Folie hier noch drin hab. Aber die lass ich da auch drücken. Und jetzt wird das ein bisschen ironisch, was ich über die Tropicalize Trended Up LE gesagt hab, dass mir da diese Palettchen zu dunkel sind. Denn, wie man sieht, das sind schon Farben, die sehr viel dunkler als meine Hautfarbe sind, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man das für helle Häutchen empfehlen würde. Aber, ich bin ja unfassbar braun im Moment. Ich hab ja richtig... Ich bin knacke braun gebrannt. Und, was diese Jungs haben, ist ein unfassbar schöner Schimmer. Also, der Glow auf meiner Wange, das Leuchttieb, das kommt aus dieser Palette und zwar vom mittleren Ton. Das wünsche ich euch auch mal eben. Ja. Oh, butterweich. Zart, seidig, butterweich. Und auf das Rouge bin ich auch mal gespannt. Das hab ich noch nicht ausprobiert. Da sind sie. Und, was die können, ist wirklich ihr... Ihr wedelt da mit dem Pinsel nur so ganz leicht, so ganz zart einmal rüber. Und dann habt ihr von der Farbe natürlich auch ein bisschen was. Aber, diese beiden hier hab ich bisher jetzt mal so als... Also, den schon als Highlight, aber den halt auch als Blushtopper benutzt. Ein Traum. Ich bin völlig... Also, weil das einfach so ein schönes orange-rot-braun... Es hat schon ein Schuss braun, aber es ist halt auch golden und ein bisschen rötlich und so. Der funktioniert super bei mir. Ich bin, 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 bin ganz, bin ganz besplat. Also, schönes Teilchen. Vielen, vielen Dank. Hab ich schon vielen, vielen Dank gesagt? Na, geschrieben hab ich's aber. Vielen, vielen Dank. Super cool. Ich hab, ich hab, ich, ich hätt mir das halt nie gekauft. Ich hätt auf die Farben geguckt und gedacht, naja, bin mir nicht so sicher. Und jetzt hab ich's und find das total gut. Jetzt weiß ich ja auch, dass ich in Zukunft bei der Produktkategorie nicht, nicht komplett raus bin, solange die Sachen halt auch warm genug sind. Das ist gut. Ich warte nur darauf, dass ich das, dass ich die Linse anspucke. Super. So. Und jetzt hoffe ich, dass wir das Video noch zu Ende gedreht kriegen, denn Frau Stöpsel. Den Kanal hat Sophie unter ihrem letzten Video verlinkt. Gerne vorbeischauen. Also, es gibt ja so Leute, die setzen sich vor eine Kamera und dann schnacken die los und man ist sofort dabei. Und genau so ist sie für mich auch. Also, die hat die ersten zwei, drei Sätze gesagt und ich saß da, jo. Und hatte das Gefühl, wir kennen uns schon. Und dieses, dieses Gefühl hat einfach, sie hat eine wahnsinnig gute Kameraqualität, finde ich. Wobei meine natürlich auch extra crappy ist, aber das macht ja nix. Reicht ja, wenn ihr so ein Schemen erkennen könnt. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab natürlich alles durcheinander gebracht, aber ich hab's geschafft, alles wieder in die Kiste zu packen. Und wir fangen mal an mit den Pinseln, die da drin waren. Also, sie hat mir unter dem, äh, Vorwand, nein, sie hat mir einen von den Lidschippen für meine Freundin geschickt und hatte mich dann gefragt, ob ich den und den Highlighter habe. Den hatte ich dann schon, weil Sophie mir den damals besorgt hatte. Und da sagte sie, ach na ja, ich hab noch so ein paar Sachen. Ich hab ein bisschen aussortiert. Okay. Let's begin. For Your Beauty ein Fanbrush. Ein Fächerpinsel. Sehr fluffig. Unfassbar weich. Also sehr, sehr schön. War, glaub ich, eine LE, ne? Ich hab keine wirklichen Fächerpinsel, also nicht solche großen. Dann hab ich den vorhin, den hab ich schon benutzt. Das ist aus einer, das ist aus einer Eveline LE, oder? Mit diesen geriffelten. Der ist abgefahren und der geht auch im Gesicht gut. Was nicht so gut geht, ist halt in Verpackungen reingehen. Weil der so groß ist. Und der wird, wenn man den so, also der wird praktisch, der wird ja noch größer, wenn man so drückt. Ist sehr weich. Also fürs Gesicht super, um ein Produkt aufzunehmen, finde ich den schwierig. Aber, macht ja nix, dann ditscht man halt ein bisschen rum, als ob ich nicht auch ohne Himmelsau. reinmachen würde. Dann aus der, das war eine Essence AE und jetzt weiß ich, ist das die mit dem Highlighter? Ja, ne? Die kleine Bursche hier, mit diesem hübschen Design. Sehr, sehr süß, den besitze ich auch nicht. Dann noch ein Fanbrush, der ist auch von For Your Beauty von Rossmann. Der ist so ganz zart, also wenn ich, also ich hab ja auch diese Dreierpalette von The Balm mit dem Mary Lou Mühlenase, mit dem Betty Lou Mühlenase und mit dem Kupferrosi-Golden in der Mitte, Scheiße. Mary, Betty, Cindy. Cindy Lou Mühlenase. Und Mary ist doll, Cindy ist zart, Betty ist ein Blashtopper für mich. Also so die Make-Up Revolution Reihe. Dafür vielleicht. Weil die echt, die sind doll. Und dann den Rouge-Pinsel. Den von Evelyn. Alle anderen Rouge-Pinsel bezeichne ich als alle anderen Rouge-Pinsel. Was ja das schon sagt. Nicht wahr? Das ist mein Rouge-Pinsel und das ist auch tatsächlich meistens mein Highlighter-Pinsel. Und ich hab dir hier ein paar Haare rausgezogen. Das ist ja nicht nett von mir, ne? So, machen wir dich mal wieder hübsch. Der ist für meine Gesichtsformen, für die Art und Weise, wie ich Rouge auftrage, ist der super. Der ist halt halt auch hier oben läuft der nicht spitz zu, aber hat verjüngt sich sehr. Ist trotzdem rund. Super. Wirklich. Dann haben wir noch den hier und ich hab dir auch schon ein, zwei Haare rausgezogen. Das tut mir auch schon wieder leid. Ich muss immer an den weißt du nicht, weil das Spielkind... Das war auch eine Abel in der LE, meine ich. Das ist ein Konturbrush, also ein Konturpinsel und der ist so weich. Flup, flup, flup und trotzdem festgebunden. Also bin ich sehr gespannt. So was besitze ich nämlich auch noch nicht. Jo, ich glaube, die Pinsel haben wir. Dann ist das eigentlich schlau, wenn ich das Ding hier auf dem Schoß habe? Geht so. Moment, wir nehmen die Kirschkerne mal beiseite. Meine Brille habe ich hier auch liegen. Wo habe ich meine Brille gelegt? Man weiß es nicht. Oh, nicht in den Tee fallen. Danke. So. Fangen wir an. Also hier ist auch wieder alles durcheinander. Aber da habe ich mich sehr gefreut. Das ist die die C02 Architectural Arts aus der Graphic Grace. Die Graphic Grace war die zweite, meine ich. Tschüss, Fenni. Tschüss. Bis später. Bis später. ist die L.E. Die zweite L.E., die diese schlanken, matten Lippenstifte hatte. Und ich habe nichts anderes aus der L.E. gekauft. Doch, das Rouge. Reduziert. Später. Und habe mich bei den Lidschattenpaletten so ein bisschen geärgert, weil das ich da nicht auch noch zugeschlagen habe. Ja. Hat sie sich gemerkt. Und die sind total cool. Ich werde, Kinder, ich werde nicht alles swatchen. Swatches davon sind 50 Millionen mal gemacht worden. Ich, ähm, also zwischendurch mache ich es bestimmt. Aber mein Akku hält ja auch nicht ewig. Dann die zwei Quadros aus der Cool Breeze. Und das Blau aus der 10. Das da. Das habe ich am am unteren Wimpernkranz heute. Ein Himmel, Himmelmetallik Blau. Ist für mich auch nicht so einfach zu tragen. Also das so hinzukriegen, dass ich das nicht ungeschickt finde. Aber mit den ganzen warmen Gesichtsprodukten und mit dem warmen Cremelie Schatten oben, den zeige ich euch auch noch gleich, finde ich, hat das, hat das ganz gut funktioniert. Ja. Die sind super weich, gut pigmentiert. alle beide, ich weiß nicht, ob ich alle beide behalte, weil ich doch finde, dass die sich ähnlich sind, nur dass das das hellere und dass das das dunklere Quadro ist. Aber schön sind die in jedem Fall. Dann zwei Lipduos. Und das swatche ich einfach nur die Lippenstifte, weil die Glosse tatsächlich genauso aussehen. Das ist eine totale Lou Farbe. Kann überhaupt nichts schief gehen. und das ist ein Nude-Ton und bei Nude bin ich ja immer so ein bisschen Nude, 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 bin ich ja schwierig, weil ich so viel Rot und so viele verschiedene Farben in meiner Haut habe, dass beige-lich-bräunliche, selbst peachige Nude-Töne bei mir merkwürdig aussehen, finde ich. Bei mir ist einfach viel zu viel los. Aber der Korall ist auf jeden Fall meiner. Ich klinge ein bisschen hektisch, aber da ist viel drin. Dann hat sie mir den 2 in 1 Concealer und Fixing Power von Manhattan in der 20 Soft Nude da reingetan. Ich gewöhne mir an Nude zu sagen, das heißt Nude. Man muss das so ein bisschen reingleiten lassen. Nude. Oh Gott, Nude reingleiten lassen. What she said. So. Cremiger, relativ fester Concealer mit sehr hoher Deckkraft und ich hätte gedacht, dass mir das zu dunkel ist, aber der Handrücken sagt, boah, könnte man machen. Gerade unter den Augen. hat weder rosa noch Gelbstich, vielleicht ein bisschen Gelbstich abgefahren. Was ich tatsächlich fast noch spannender finde, ist das kleine Puder, was da drin ist, wenn man hier das Deckelchen abdreht, nicht aufklappt, sondern abdreht. Das ist ein mini Schwämmchen drin, das finde ich ja sowas von niedlich. Und mit so einem Sifter, mit so einem Sieb und das Puder dazu. Oh, kriege ich das gespotcht? Nee. Tup, 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 doch, jetzt geht's. So. Moment. Das ist sehr viel heller. Ich weiß nicht, ob... Oh, ja. Kriegen wir das noch hin? Ja? Oh, dieses Wetter. Also das Puder ist sehr viel heller, ganz zart. Ich glaube, also ausprobieren werde ich das auf jeden Fall. Ich bin ja nicht so der Concealer-Verbraucher und auch nicht so der, der so viel Ahnung von Concealer hat. Die einzige Ahnung, die ich von Concealern habe, ist, dass ich sie stets zu sichtbar finde. Und dann trage ich eigentlich lieber einen ganz kleinen Tupfer mehr BB-Cream auf, weil das bei mir besser aussieht. Für mich. Aber ich probiere gerne aus und aus der Produktreihe hatte ich halt auch noch keinen. Dann eine Produktreihe auch von Manhattan. Amazing Eye-Mazing Eyeshadow-Cream Long-lasting in drei Farben. Den Braunton trage ich oben. Der heißt Chocolate Kiss. Könnte auch Bronze Kiss heißen. Der ist sehr bronze Farben. Und dann die anderen beiden rutsche ich euch mal, weil ich ja den einen auf dem Auge habe. Das Silber, das ist der Wahnsinn. Ich habe schon versucht, wenig aufzutragen, aber es geht nicht so gut. Tease Me. Und das Grün heißt Mermaid Screen. Bei solchen Namen bin ich ja schon immer hin und weg. So. Das sind die beiden. Wenn ich versuche, den silbernen noch mal ein bisschen ausblenden, kann ich ihn, aber dann wird er nicht mehr ganz so denken. Aber was sind die schön. Ich hatte mir davon damals auch keinen gekauft. Coole Farben vor allen Dingen. Also auch kühl, aber kann man ja auch als Liedstrich bestimmt benutzen. Mal gucken, ob das klappt. Spielen, spielen, spielen. Ja, ich komme ja im Moment nicht so zum Spielen, weil ich ja mal müde bin. Aber so, und jetzt habe ich hier ein paar Jungs. Das ist so süß. Ich habe von einer anderen Freundin in der Post habe ich den bekommen, weil ich den nicht hatte und der ist bei dem Transport kaputt gegangen. Also zerstört, wirklich. Im Sinne von, ich habe alles wieder eingesammelt, da reingetan und gepresst und alles gegeben. Die Textur hat sich aber durch meine wahrscheinlich nicht besonders tollen Reparaturfähigkeiten, die hat sich ein bisschen verändert. Und er, also er lässt sich noch swatchen und so. Ich weiß aber nicht, wie das mit dem Pinsel aussieht. Es lösen sich auch gröbere Stückchen. Ich habe den, glaube ich, ruiniert. Ich meine, er war kaputt. Was soll man da mehr ruinieren? Aber naja, das ist eine ziemlich tragische Geschichte. Ich habe ihn aber und er bleibt auch in meiner Rouge-Kiste. Also der wird nicht weggeworfen, weil das, nö. Und jetzt habe ich praktisch eine Version, die komplett intakt ist von 02 Bye Bye Winter aus der Wake Up Spring L.E. von Essence. Und den gab es ja nur in bestimmten Smile. You look gorgeous. Also das finde ich auch so was von süß. Und jetzt habe ich eine intakte Version mit der Textur, die Essence sich ursprünglich für dieses Ding gedacht hat. Ich habe ihn auch noch nicht geswatcht. Ich glaube, das mache ich für mich. Dann das Oktoberfest L.E. Blush von Essence. Das habe ich. Das heißt, das werde ich weiter verschenken. Und auch, also die zwei, die jetzt noch kommen, auch. Das Kalinka Blush, das ist super schön. Das swatche ich jetzt nochmal, weil ich, ach Gott. Das ist ein mattes, helles Orange. Och, und es hat auch noch, es ist wirklich sehr hell. Also das sieht, finde ich, sehr, also man könnte fast ein bisschen Angst kriegen, wenn man das in der Verpackung sieht, aber das ist ganz zart und hell für sich und vielleicht brauche ich ein Backup. Ah, guck. Den habe ich auch, den We Are Awesome Blush aus der You and Me Equals Awesome. Ja. Der ist auch so schön. Ich glaube, den hast du einmal gesmutscht oder so, ne? Ich glaube, da habe ich mir eine Freundin im Kopf. Awesome. Und dann das, was ich ja immer super geil finde, wenn ihr das macht. Tee. Räubosch ist, wie gesagt, eine Sorte, die ich nicht so gerne trinke. Aber das macht ja nichts. Man hat ja auch immer mal Gäste und ich habe mittlerweile, dadurch, dass mir so viele verschiedene Leute so Tee-Variations-Päckchen packen, habe ich da eine Kiste im Regal. Das ist die reinste Wunderkiste. Also wenn jemand kommt und für den ist nichts dabei, dann stimmt mit dem irgendwas nicht. Dann mache er keinen Tee oder so. Räubosch-Karamell, aromatisch süß. Das wäre, glaube ich, auch was für Herrn Unfug. Ich glaube, das könnte er mögen. Indischer Chai, super. Das mag ich auch sehr gerne. New York Chai, Sweet Honey Lemon, würzig süß. Kenne ich noch nicht. Also den habe ich noch nicht probiert. Das mache ich auf jeden Fall. Frühlings-Tee, Zitronenverbiene und Minze. Habe ich auch noch nicht. Ich glaube, sowas mag Sveni auch gerne. Da ist Pfefferminze drin. Ja. Oh, da ist irgendwas drin. Das mag sie, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, doch meiner. Gucken wir mal. Also ich bin, er riecht nach Chai-Tee. Die sind ja immer so, pfff. Ja, aber freue ich mich auch drüber. Oh, nochmal indischer Chai. Das ist super. Von allem zwei. Bis auf den Frühlingstee. Aber vielleicht habe ich das auch einfach nicht verdattelt. Dann hat sie mir die da reingepackt. What the heck? Diese gigantische, also ich finde die sehr groß, von Makeup Revolution. Die Flawless Mats. Und das ist in meiner Welt, oh, die geht aber sehr gut auf. Ich finde, die gehen immer so schwer auf. Ich finde die zum Großteil, also ziemlich kühl. Und das ist ein Werkzeugkasten, ne? Also sie sind alle wirklich hundertprozentig matt. Die Pigmentierung ist gut, von durchschnittlich, also völlig in Ordnung bis gut. und sehr gut. Und also wenn ihr denkt, oh Mensch, ich habe nur so zwei, drei neutrale Lidschatten oder wenn jemand sich anfängt zu schminken oder wenn jemand irgendwie sagt, Mensch, meine Alltagskiste ist irgendwie ein bisschen mau. Die ist hervorragend. Also wir haben schwarz hier drin, wir haben kein rein weiß. Das ist ein Off-White. Aber rosa, gräulich, minimal hell, blau einschlag, ganz leicht grün, brauntöne, noch und nöcher, aber halt auch sehr viel rosa, altrosa, mauve. Wahnsinn. Also bin ich mal gespannt, was ich damit anstelle. Vielleicht gebe ich die auch irgendwann weiter, wenn ich sie ausprobiert habe. Aber das ist ja nicht so schlimm. Also das ist bei mir und meinen Freundinnen auch relativ üblich, dass wenn man sich was kauft, wenn man auch so neugierig ist und es dann der nächsten gibt und die das dann halt auch noch ausprobieren kann. Also ich sehe da nichts wildes bei. Was ja nicht heißt, dass man sich nicht ins Jahr unfassbar freut, wenn man die geschenkt bekommt. Jo. Ach Gott, ja, das ist auch ein bisschen traurig. Äh, Pretta Lumiere Highlighting Powder 1003 Prismatic Pink. Rate, welchen ich mir gekauft habe damals. Und die sind so schön. Ich finde die super. Der wird auch ein gutes Zuhause finden, ich verspreche es dir. Dann... Oh, da habe ich mich gefreut. Kleine Kügelchen. Limit Edition Marina Hörmann Seder Highlighting Pearls 101 Crystal Skin. Das war diese zauerhafte kleine Verpackung, die ich mir nicht gekauft habe. Und es sind Kügelchen. Und ich mag das ja so gerne. Perls, Kügelchen, finde ich super. Und die sind... Sie haben hier Rosé, Weiß und Weiß-Gold drin. Cooler, cooler, cooler. Ach Gott, ich bin immer noch leicht zu amüsieren. So, und jetzt versuche ich die mal zu swatchen. Ich nehme mal ganz vorsichtig mit dem Finger rein. Ich habe immer so eine Angst, diese Kügelchen kaputt zu machen. So am Finger aus. So. Ja, also Crystal Skin ist, finde ich, ein sehr passender Name. Haben sie gut gemacht. Das ist wirklich einfach nur ein Glanz auf der Haut mit ganz leichter Aufhellung. Also da, da ist kein Goldschien, da ist kein richtiges Silber. Das ist einfach leicht aufhellend und so ein Wet Look. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, das sind hier ja die neuen jungen Wilden mit viel Farbe und, und, und verschiedenen, verschiedenen, ja, verschiedenen Miau-Tönen. Ihr wisst, was ich meine. Das sind die neuen jungen Wilden und, und das hier ist wirklich so ein, so ein, klassischer Highlighting-Highlighter. Und das sind Kügelchen. Super. Sehr gut. Ich glaube, ich muss bald mal ein neues Tuch nehmen. Ich nehme mir jetzt ein neues Tuch, bevor ich mich irgendwie weiter einbauen. Ich habe Nadine's Video gesehen, wo sie, also ich gucke eigentlich alle ihre Videos, meine ich, wo sie sich ganz umweltbewusst und brav einen Waschlappen genommen hat und damit versucht hat, die Swatches wieder abzumachen und es hat einfach nicht so wirklich funktionieren. Aber, wie gesagt, also ich bleib, bleib bei denen. Dann aus der Präter Lumière Lip & Eyebrow Lifter. Den, ja, hallo! Den gab's auch nur, C01 Radiant Rose. Ich glaube, davon gab's auch nur die eine Farbe. Das ist ein sehr großer Stift. Das sind drei Gramm Produkt ohne das Holzding, denke ich mal. Voll schön. Und der ist, also auch wirklich, das ist auch wirklich, geht wieder Richtung klassische Highlighter. Ich, man sieht den leichten Rosé-Ton. Also der Deckel ist sehr, eine sehr akkurate, non-vervale Beschreibung dessen, was einen da erwartet. Aber seht ihr das? Also, Mini Zartrosa. Also wenn, wenn man dem Ganzen einen Farbnamen geben müsste, ist das richtig, finde ich. Aber das hat halt auch wieder diesen leichten Wet Look. Sehr, sehr schön. Jumi, möchtest du auch Highlighter? Auf der Nase? Ja? Ja? Ist das Futter-Scheiße? Magst du das nicht? Oh. Musst du jetzt anderes haben? In dieser Minute? Oh Gott. Entschuldige mich eine Sekunde, ich muss die Katze retten. Sie verhungert, weil das... Der Brei ist nicht gut. Oh Gott. Ja, ja, alles furchtbar. Ja. Das war der Mülleimer, wo gerade 20 Cent reingeflogen sind. Dann gibt es den Skittecut. Das andere hatte keine Soße, ne? Nicht gut. Ja, da habe ich mich vergriffen bei den Schädchen. Tut mir leid. Tut mir leid. Hoffentlich könnt ihr sie jetzt schmatzen hören. Wenigstens laut schmatzen. Auch aus der Preta Lumière. Cream Highlight. Hoppla. Schmeiß ihn weg. 102 Radiant Rose. Moment. Hieß er hier auch. Das sind diese... Vielleicht auch süßen. Ich mochte das Design auch gerne, was sie mit der Edeke da gemacht haben. Das ist wirklich exakt der gleiche Farbton. Es ist halt nur ein völlig anderes Produkt. Also das ist der Applikator, ne? Zack. Schließt übrigens sehr, sehr gut. So. Machen wir da mal ein... Ja. Also der Farbton ist exakt der gleiche. Es ist halt nur ein völlig anderes... Also... Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt den Unterschied sehen könnt. Das hier ist der Stift und das hier ist das Creme-Produkt. Aber dass die den gleichen Namen tragen, finde ich total berechtigt. Und... Puls, Puls, Puls. Runter mit dem Schmutz. Der Handrücken muss sauber sein. Na 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 na. Ah! Color Intensifying Eyeshadow Base. Die kenne ich nicht. Gab's oder gibt es mal... Gibt es mal. Gab es mal oder gibt es von Essence? Probier ich doch gleich mal aus. Rosé-Pfirsich-stichig. Malt nicht auf meiner Hand, weil da noch Feuchtigkeit drauf ist. Toll! Moment. So. Ja. Also Lidschatten Base. Leicht getönt. Gucken wir mal. So wird das dann ungefähr sein. Muss ich ausprobieren. Wie gesagt, ich kenne die nicht. Aber ich probiere immer gerne Lidschatten Base aus. Heute habe ich die von... von Yves... Ich will ja mal Yves Saint Laurent sagen, aber das stimmt überhaupt nicht. Yves Rocher. Von Frau Babs. Cap Polish habe ich heute benutzt. Und die geht sehr gut. Die hat einen leichten Gelbstich. Die auch dunkler ist als meine Hautfarbe. Aber wenn ich das verblende, dann sieht man überhaupt nichts mehr. Und ich trage Augenbrauenpuder. Mittlerweile auch immer flüssiger Lidschatten Base auf. Weil ich so wenig Augenbrauen habe, dass man das eigentlich praktisch völlig freihandmalen kann. Und wenn mir dann das Puder verwischt, ist ja wirklich nichts mehr da. Insofern geht es sehr gut. Och, jetzt habe ich hier die Lauterkanne Stifte. Kleinen Moment. Oh, ich habe einen Giesel übersehen.